Moin moin zusammen, hier ist der Trill und heute möchte ich euch ein neues Spiel zeigen, was ich gespielt habe auf dem Zweitkanal hier. Das Spiel heißt The Finals. Gleich vorweg, ich kriege nicht einen einzigen Cent von The Finals dafür. Das hier ist kein Placement, ich habe aber dank Dalu die Möglichkeit gehabt, einen Playtest zu diesem Spiel mitzuspielen vor ein paar Tagen. Und ich fand das Spiel sehr, sehr vielversprechend, weswegen ich nebenbei recordet habe und euch hier ein Video dazu machen möchte, weil das Spiel morgen, wenn ich richtig informiert bin, vielleicht ist die Info auch falsch, in die Open Beta geht am 7.3. und man kann es dann ungefähr zwei Wochen spielen. The Finals ist ein Spiel, du bist mit zwölf Leuten auf einem Server, ähnlich wie bei Hunt Showdown in Dreierteams. Du spawnst und direkt beim Spawn siehst du verschiedene Objekte auf der Map. Zwei davon sind sogenannte Vaults, das sind so goldene Boxen und da ist Kohle drin. Diese Vaults möchtest du mitnehmen und zu Extraction Points auf der Map bringen, sogenannte Cashout Stations. Auf jeden Fall stand da Cashout dran. Da schiebst du diese Box rein, lässt einen Timer ablaufen, den können andere Teams auch claimen, wenn sie dich einnehmen und casht Geld aus. Und am Ende gewinnt das Team, was es in der Runde geschafft hat, die meiste Kohle zu sammeln. Man verliert auch Geld, wenn dein Team gewiped wird. Vielleicht verliert man sogar Geld, wenn jeder Spieler down ist und gewinnt Geld, wenn man gegnerische Spieler tötet. Da bin ich mir nicht ganz sicher und wenn ein Spieler dieses Vault carried, kann andere Spieler das natürlich auch klauen. Du kannst in diesem Spiel mit der Welt interagieren und komplette Gebäude kaputt machen. Also ich habe in keinem anderen Spiel jemals so eine Zerstörung gesehen, während das Spiel aber extrem gut läuft. Ich habe ja auf Epic Settings gespielt und 1080p 60fps aufgenommen und du kannst wirklich mit einer Panzerfaust einen Gebäudepfeiler kaputt schießen und das ganze Ding kommt runter. Also das habe ich noch nie gesehen. Röder hat einen Trailer zu dem Spiel gesehen und meinte, das ist wie Battlefield of Crack. Und das ist auch von ein paar Ex-Developern von Battlefield, die da aber bei dem Entwicklerstudio keinen Bock mehr hatten. Ich glaube, es ist DICE, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die sind dann gewechselt und wollten was eigenes machen. Und das Spiel sieht wirklich sehr vielversprechend aus. Deswegen wollte ich euch das hier mal zeigen. Es gibt drei verschiedene Art Charakter aktuell. Einer Light, einer Medium, einer Heavy. Der Light ist natürlich schnell und wendig, kann ein bisschen rumklettern. Der Heavy hat den richtig fetten Wummen dabei und hat viel mehr HP. Und der Medium ist halt dein Average Assault Rifle Spieler, den ich auch hier heute gespielt habe. Dann hast du verschiedene Gadgets, die du mit in die Runde nehmen kannst, wie Granaten, Flashbangs, Molotovs. Ganz interessant auch sogenannte Goo Grenades. Die schießen dann so einen Foamball raus, womit du zum Beispiel Einblöcke blocken kannst. Oder du kannst auch ganze Brücken damit bauen mit diesen Teilen. Kann man aber ganz einfach abbrennen. Aber wirklich Sachen, die ich so aus anderen Spielen nicht kenne. Und ich fand es wirklich sehr, sehr cool. Und deswegen höre ich jetzt einfach auf zu labern. Zeige euch zwei Runden, die ich hier gespielt habe. Einmal mit einem Jump Pad im Equip und einem Grappling Hook, womit man ein bisschen Muffeln machen kann. Und eine andere Runde, wo ich die Goo Grenade, die ich persönlich sehr cool fand, auch mal ein bisschen benutzt habe. Viel Spaß jetzt mit dem Gameplay. Könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Gut, ich werde das in den kommenden Tagen auch ein paar Mal mit unserer Truppe im Stream spielen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem ersten Gameplay hier. Was noch ultra trash ist, aber waren halt meine allerersten Minuten. Viel Spaß. Let's go. Soul. Ich glaube jetzt bei Tag, oder? Der Ladebalken war gerade anders, oder? Der Ladebalken hat schon Nacht angezeigt, oder nicht? Ja, 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 genau. Stehe da oben, Sunny, 2pm. Und Default ist wahrscheinlich dann noch Wetter. Also vielleicht noch Sturm oder so. Das ist schon... Ich glaube, die Feinheiten, die wird man dann erst durch mehrfache Spielen auch lernen. Tresor, also einfach den Boden zerstören. Nur so Kleinigkeiten, die halt durch Zufall beim Zocken auffallen, die man nicht von Anfang an sieht, so glaube ich. Ich hatte da viel weniger Auswahl als eben. Okay. Nur gegen Entwickler fast. Ja, ei, ei, ei. The Big Splash. Okay, komm, und das ist eine wichtige Runde. Die machen wir jetzt richtig. Wenn wir hier gegen Publisher spielen, das kann man also gegen Entwickler. Aber der hat gerade schon... Der war gerade schon gut. Ja, ja, man merkt... Oh, ja, die Map sieht ganz anders aus. Also, es ist... Oh, hier ist so ein... Hier ist so ein... Random Jump-Head, oder? Hier waren wir gerade ja bei Nacht. Das ist ja wirklich komplett anders. Ja. Schon cool. Oh, hier sind Default Jump-Head schon auf der Map. Ja, ja, das finde ich geil. Das ist aber wie langsend. Wir machen WOLT 2, WOLT 2, WOLT 2. Ja. Seid ihr da dran oder Gegner? Bin nirgendwo dran. Ich bin ein Stock-Gag-Dunker, wo ist die Treppe? Einen Gegner low. Hab einen. Den WOLT öffnet anscheinend jeder, ne? Ich glaube, ja. Ich muss mich kurz verstecken. Ich wollte mal. Hat jemand da... Irgendwie kann niemand teilen. Ich versuche mal... Ich versuche zu einem... Da waschen. Kommt man nach Cash auf B. Hat ich dich jetzt? Ja, ja. Du bist schon voll, oder? Kommt man nach B, kommt man nach B. Ja, kommen wir. Cash auf B, ne? Ja. Wir sind rüber. Ja, das sieht so bescheuert aus. Ich habe schon Höfe weggeheatet. Man kann ja nicht nur von Dach gefallen, ne? Ah, ich fliege nicht von da an, aber man kann nicht abbrechen. Leider. Ja, nee, leider nicht. Ich wollte die Tür aufmachen und bin an dieser Fliegegangen. Ja, wo welche denn? Äh, ich will nach B rein. Da sind alle Wände zu. Okay, warte. Geh mal weg, bitte. Komm mal weg. Ja, mach trotzdem mal auf. Das ist ein Fahrschuhl. Mach vielleicht nicht auf, sonst stöhnt es mich ab. Scheiße. Ja, mach doch einfach zu. Pass auf, hier. Komm raus. Komm raus, komm raus. Aber wenn du dir das wegschickst... Ja. Das reicht nicht. Perfekt. Hier, man kann hier reinklettern. Wo rein? Ja, ich bin in dem Fahrschuhl. Ist das das gute Ding oder was? Das ist ja nice. Oh Gott. Aber... Aber... Ja, nee, nee. Hartzack nicht, aber... Das ist schon so ein bisschen schief. Aber das Ding sollten wir kriegen, oder? Ich mach nochmal da oben auch zu mit Bausch auf. So. Wie, der Kind von anderen Seite auch auf. Ich geh mal Richtung 1 gerade. Ja, ich komm mit. Einfach mal, um zu nerven. Oh ja. Down. Dahinter ist noch jemand. Hat hit. Team wiped? Nice. Können auch interrupten jetzt hier, ne? Und hier keiner contested? Das dauert halt. Das dauert gleich. Aua. Dabei gemacht? Schön. Wie knifet man? Äh, F. Ah, Mist. Ich kann nochmal Cashout. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt zum Cashout. Ich bin super... Jetzt mach ich nach. Hier sind zwei bei mir. Okay, warte. Ich werf kurz in Richtung... Leute, soll ich das Geld in Ruhe lassen? Ja, komm. Wir wollen hinterher hin, glaube ich. Oh, warte, ich bin tot. Da waren... Da waren zwei Leute. Drei Leute sogar. Ja. Ab ein. Ich hab mich selbst getötet. War nicht mit Abschluss. Ich glaub, ich kann unser Geld nicht ganz in Ruhe lassen. Ja, geh lieber rüber, sonst haben wir gar nichts. Weil das ist der Einzige, der gerade läuft, weißt du? Die sind da. Oh, ja, ja, ja. Bei mir ist Foam weggegangen. Oh, oh. Und den Nacken kriegst du auch noch. Warte, weg! Nee. Ich kann ja mehr da. Das ist gut, ist abgelaufen, einfach zeitlich. Ich sperre mich damit ein. Finde ich gut. Das Geld nehme ich so mit. Aber musst du das... Oh, ich... Die kommen, die kommen. Ja, wir wollen... Wir wollen Hilfe bei Dalu. Ich mach noch mal nach. Ich bin respawned. Komm mal. Die sprengen das! Team! Wir sind da, wir sind da. Ich hab ihn. Haben wir, haben wir, haben wir. Noch einer hier. Noch zwei. Noch einer dahinter. Noch einer. Low. Ich weggewinnt. Einer B. Wo ist der Sausack? Hast du den? Nach oben. Der besitzt bleibt. Okay. Hier ist einer noch. Unten, unten, unten. Oben bei mir auch. Oben bei mir. Tod. Im Hauptraum unten da. Ja, ja. Ich bin da. Ich bin da. Ich kicken wir mal. Ich kicken wir mal. Ich kicken wir mal. Hinter mir. Kicken wir mal. Vorsicht, Granate. Den hab ich. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Der ist da. Noch einer bei mir. Ja, ich komme. Und oben. Und bei dir noch. Okay, Nahkampf macht nicht viel Schaden. Aber ich hab auch kein Messer gehabt. Ich hitte grad nicht. Ich hab nichts getroffen. Achso, warte, schuld. Habt ihr ein Messer auf der F? Nee, Nahkampf. Messer ist nein. Okay, so ein Elbow hat der nur gegeben. Das macht er aber nur so 15 HP oder so. Ah, das weiß ich nicht. Ich hab's grad mal getestet. Ich hab den zweimal getroffen. Der hatte noch so 60. Das war... Den Ende hätte ich haben müssen. Aber wir haben das Geld. Wer noch führen wir? Ja, ja, ja. Wir müssen jetzt die andere Kohle noch holen. Wenn ich jetzt die Münze ausgebe. Ich hab nur noch eine unten rechts. Ich hab auch noch eine. Okay. Ja, weil ich schon mal gestorben bin. Rewise wahrscheinlich, ja. Oh, die sind hier vielleicht noch unten, oder? Weißt du, eine Runde geht ja noch acht Minuten. Ja, ja. Aber hier ist kein Geld. Es lohnt sich ja gar nicht, zu falten. Lass uns rüber. Ja. Naja, müssen wir auch. Ah. Der Repeater ist so... Die Sniper würde ich halt gerne testen. Die haben das Geld? Ja. Alter. Oh oh, das war's nicht. Nein, ich bin vom Dach gefallen. Ja. Okay, man kann die Ziplein leider auch so setzen, dass man einfach stumpf vom Gebäude runterfällt. Ich bin... Ich bin dead. Nein, das ist... Nein, das ist... Nimm dir auf gar keinen Fall. Du bist da... Du bist da, wo deine Ziplein angefangen hat. Ich kann's nicht so gewalten. Ich hab einen. Du bist wieder da. Nice. Das war auch gut gemacht. Wir müssen aber jetzt mal da beeilen. Die geben ab schon. Ja, ja, ich bin da, ich bin da. Also das Shuntpad finde ich nicht so geil. Das Shuntpad finde ich mega gut. Ich finde, du fliegst nicht weit genug damit. Ja, aber du... Weit nicht, aber hoch. Aber dann kann ich ja auch Ziplein. Ich hab grad beides. Also beides braucht man nicht. So, ja. Ich hab nicht beides. Ich brauch Hilfe. Ich bin auf jeden Fall beim Cashout. Komm mal. Ja, ich komm da an die Zip nicht dran gerade. All yours. Ich brauch noch ein bisschen. Machen wir ein bisschen Lärm hier. Kann ich das Teil hier runterschießen? No gravity. What? Okay, there's a new event coming up in the round for our contestants. Low gravity ab jetzt. Hallo, hier war grad einer, ne? Jungs. Ja, und auf. Hit. Low. Guck, noch einer rechts. Noch einer rechts. Ich hab Rue-Lock. Ich auch, aber er brennt. Noch einer dauernd. Wir müssen an das Ding dran. Die werfen da Mollus drauf, die Schweine. Wir können nicht... Wir können uns nicht abzappen. Ja. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Ich tappe, ich tappe. Jetzt noch ne Tür. Ich, ich, ich werd' bestimmt nicht brennen. Ich, egal. Ich tue, ich tue. Ich tue, ich hab' ihn. Noch einer da, noch einer da. Und hinter uns auf. Hinter, aufs Box. Und hier inside noch. Mach die Kacke zu. Ich mach' die Kacke zu. Ich mach' die Kacke zu. Hab' ihn, hab' alle. Nice. Auf geht's. Foam, die Wand brennen, deswegen geht mein Schaumstoff immer weg. Ja. Ja, ja, stimmt. Jetzt haben wir low gravity, ne? Das haben wir, oder? Ja. Ja. Gute Runde. Rocket Launcher. Jetzt hat er echt nur darum, das letzte Team zu sein, was bei der Abgabe dran steht? Äh, ne, wir mussten kurz einnehmen, dass das Dinah ist. Also, ich hab' ein, du musst AE gedrückt halt ne Zeit lang, dann ist es Deiner. Und dann warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Genau. Und wenn in der Zwischenzeit ein anderes Team kommen würde, dann würde, würden die das, müssten von Null, äh, wieder anfangen zu sagen. Ne, 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 du kannst das in letzter Sekunde klauen. Ah, das, ja, das meinte ich. Hier bei Volt 3 ist was? Oh, ja, Mann. Oh, nice. Boi. 13100, wo waren die anderen denn? Spielen die ihr eigenes Spiel überhaupt? Ja, wie wechselt man? Ist Resurf einfach, damit du jetzt sagen kannst, oh, wir wechseln jetzt, weil es die Map ist? Gute Frage. Ja, das ist, damit du dein Loadout jetzt noch ändern kannst. Das sind, du hast, du kannst jetzt noch sagen, oh, ich nehme dir jetzt doch die Smoke oder die Glitchgranate, mit die du rechts hast. Ah. Du kannst, du kannst dein Main Loadout mit den rechten Sachen jetzt noch ändern. Okay. Wenn du jetzt doch sagst, okay, lass uns das so und so machen oder so. Okay. Alle haben hier so ein Skateboard und dann kommen wir. The Big Splash. Let's go. Zwei? Zwei ist näher, oder? Ja. Kannst du mit der Maus drüber gehen, dann siehst du die Meter eins mehr näher, aber... Da hab ich ne Sub gebaut. Ja, cool, cool, cool. Wir gehen zu zwei, ne? Ja. Ich versuche nach oben zu kommen. Ich bin da. Ich bin oben auf dem Kran. Ach so, ne, ich bin nicht. Ich geh noch höher. Ich bin dran am Teil. Ich hab' meinen Kontakt auf der Straße. Ja, ich seh's auch irgendwie. Oh, ich werd' von mehreren Leuten angegriffen. Zieh mich mal kurz zurück. Okay, snipe mich nicht meine Stärke gerade. Oh, war ja oben auf dem Dach auch. Ich hab' den Volt aber. Könnt ihr mich smoke und mich hoch holen? Ich hab' keinen smoke leider. Ich bin so hoch gerade leider. Ich bin so hoch gerade leider. So shit, da lust da oben. Mich holst du nicht. Nein, nein, mich holst du nicht. Obst du nicht? Ich möchte aber hochste Pleine. Ja, da versuche ich erst mal zu überleben, ja. Ja, überlebt. Ich spawne. 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 Ist geil, dass es geht. Ich hab dich aber. Noch shorty low? Ihr habt noch fast einen geholt. Ich werfe hier mal ein paar Minen hin auf jeden Fall. Nein, ich wurde gestoppen. Ah, ich dachte das wäre einer von euch, fuck. Ich treff den nicht. Also der Sniper ist nicht einfach bei der Geschwindigkeit. Ja, das glaube ich dir. Ich kann Lennart nicht aufheben, weil der sonst zurückkommt und mich abstechen will. Ich versuch's trotzdem. Jawoll, ne Miene hat er geholt. Auf geht's. Ich hab euch von oben. Könnt ihr hochkommen? Ja, ich hab die Tüte. Schieb dann rein den Naxx. Da unten, auf der Straße. Ich hab den, ich hab den. Ich hab Vision Sensor gelegt. Ja, nice. Da oben auf dem Dach gegenüber. Hat ein Sniper, hit low. Ist down. Ja, hohoho, wie das Haus da wegfällt. Ich hör Steps. Ganz viele hier. Da unten einer. Ich hab den Tresor Letage tiefer geschickt. Ich hab mich schon gewundert. Und ich hör unter uns. Ich kann den Tresor noch Letale tiefer schicken. Da hinten sind welche. Leute, wie weit fliegt das? Hab gleich wieder einen Rocket Launcher. Ja, wir können ja nicht ganz entspannt extracten. Wie lange hätten das bei dir? Also dein Breach. Deine, ähm, dein C4. Warte, ich weiß nicht, ob es immer noch da liegt. Liegt immer noch da. Hat nicht so viel Cooldown. Das ist ja geil. Unter uns. Ich hör super lautes Steps. Der ist doch einer mit dem Messer. Der hat Leonard abgestochen irgendwo hier. Da oben. Deine. Hat ein Sniper hit low. Hier unten im Zimmer ist auch jemand. Ich hab den unten. Ich hab nicht, dass die unseren Tresor-Mobs, ne? Ja, ja. Ich leg da einen Sensor hin, wenn einer aufgedeckt wird, kriegt das mit. Und ich hab, äh, Feuermine. Ja, wir rocken das. Auf geht's. Warte, bei B, die bringen weg. Aber ist egal. Schießt ihr? Ja. Wird mal gucken, ob ich die Dinger oben abschießen kann. Bring mal den Tresor zu dieser. Ne, du hast meine Minen verstört. Äh, ich brenne. Ja. Ja. Da liegen jetzt wieder Minen. Aufpassen bitte. Ja, ja. Ich weiß. Hier unten ist jemand. Wo denn? Wo denn? Das Ding ist durch. Erdgeschoss war gerade einer. Ja, lass weiter, ne? Zu B. Weiter, ja. B schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich geh auf. Ich geh auf. Ich hab ihn gekillt. Ja, Schorji steht wieder. Mich aufheben kann keiner, oder? Ja, doch. Komm. Ich bin schon bei Dalu. Da ist einer. Der Gegner hinter dir. Gut. Nice. Danke. Danke. Ich lege da eine Aufdeckrohne hin. Wo gehen wir 16? Ja, wir holen die vier. Will die einer mitnehmen? Ich will die nicht sagen. Wollen wir hin? 10? 10? Ich könnte sie schon tragen. Äh, der Gegner vorne ist aus dem Haus. Ja, da hat er auch gesehen. Jetzt sind wir noch einen. Nee, 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 nee. Ja, ich hab da Min zumindest hingelegt. Oh, vor mir auch einer irgendwo. Sniper hinter uns. Sniper header down. Einer down. Und Team Wald vor mir. Hier hinter dir Angelo. Direkt hinter dir im Busch. Vor mir, vor mir, vor mir. Oh, was ist das für ein Bildereffekt? Ich seh ihn gar nicht. Hinter uns zwei Stück. Ja, ja, ja. Einer down. Hier ist noch einer low vor mir, vor mir, vor mir. Nein. Oh, ich wurde gemestert. Noch einer bei dir, Dalu. Zwei. Zwei noch. Ja, einen hab ich. Hab ich. Was ist das für ein Effekt, den der hat? Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Warte, ich hol ihn. Ich hab schon, ich hab schon. Nimm den Ressort mit. Wir brauchen die Kohle noch. Oh, das war schön. Oh, 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 oh. Direkt hier oben. Hat'n, 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 hat'n. Oh, ich binne. Ich hab' einen. Ich hab' einen. Das war der. Ich brenne auch noch. Ich geh' zum D-Cashout. Close bei mir. Komm mal. Ich renne grad, Jungs. Ich hab ihn. Schönes Ding, Leonard. Let's go. Auf geht's, auf geht's. Megadamages. Oh. Noch einmal hier drauf. Als Light hast du keine Möglichkeit, irgendwo hochzukommen. Das Jumpin oder die Zipline fehlen. Soll ich Cash aus? Ja, bin auf'n Weg. Wir müssen dann noch die Fans gehen. So, ich leg' mal Bienen. Äh, hier unten, hier unten. Der ist bei Angel unten am Haus. Drinne wahrscheinlich. Ja, ist drinnen. Ja, ist drinnen. Ich hab' den. Ich hab' den. Ab den. Jawoll. Noch einer bei mir. Hab' ihn. Nochen ist niss. Tod und auf der Straße. Da kommt die Zipline zu euch. Ja, ist tot. Ich hab' den von der SIP geschossen. Äh, die machen die Sangen kaputt. Ja, wir müssen zu. Wir müssen da rein. Gegenüber am Haus. Einer drinnen, einer drinnen. Boom! Jawoll! Nice. Ich lieb's, ey. Schweine Ein. Failing here and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are team Schweine Ein. Schweine Ein.